Und plötzlich ist es soweit. Bereits morgen wartet das erste Bundesliga-Pflichtspiel auf die Basketballer der MLP-Academics Heidelberg. Ein Traum, den die Heidelberger schon länger verfolgten, wird wahr. Klar, dass sich die Academics da ab und zu noch selbst zwicken müssen. Es dauert schon seine Zeit, aber ich denke jetzt so langsam, je näher das erste Spiel rückt, desto mehr realisiert man dann auch, dass man den Schritt tatsächlich geschafft hat. Niklas Würzner steht wie kein anderer für den Weg, den die Heidelberger in den vergangenen Jahren zurückgelegt haben. Vor knapp sieben Jahren schaffte der heute 27-jährige Aufbauspieler den Sprung in den Academics-Kader. Anfangs war er oft zum Zuschauen verdammt, ehe es sich eine immer größere Rolle erarbeitete. Jetzt möchte Würzner seine Bundesliga-Tauglichkeit beweisen und hat dafür auch schon seine angedachte Rolle im Kopf. Meine Rolle ist, denke ich, sehr ähnlich wie die letzten Jahre auch. Ich bin immer einer, der in der Verteidigung 100 Prozent Gas gibt, da Druck auf die Spieler macht und versucht, in der Offensive die Bälle zu verteilen. Und das wird, denke ich, auch zukünftig meine Rolle sein. Die Heidelberger gelten in der Basketball-Bundesliga als Absteiger Nummer eins. Allen mit dem Ligaverbleib das Gegenteil zu beweisen, ist somit das logische Ziel. Trainer Branislav Injatovic möchte sich aber nicht nur darauf festnageln lassen, sondern hat die Gesamtentwicklung im Blick. Ich will nach der Saison am Ende dastehen und sagen, okay, unabhängig vom sportlichen Ergebnis, die ganze Organisation hat sich entwickelt. Wir haben eine feste Fangemeinde in Neuen Halle, in Haldeberg. Die Leute kommen in die Halle, weil sie Basketball lieben und weil sie Haldeberg-Basketball lieben. Dann würde ich wirklich absolut sagen, Ziel erreicht. Der SMP-Dom genügt bereits jetzt schon höheren Ansprüchen. Der Kader will gleich ziehen. Man hat sich zwei Erstliga-erfahrene Spieler dazugeholt. Der große Star ist aber nicht dabei. Stattdessen sollen Zusammenhalt, Mentalität und Charakterstärke den Unterschied ausmachen. Die Neuzugänge haben wir, glaube ich, gerade erst mal im menschlichen Bereich, also im Charakterbereich, haben wir versucht, die passenden Leute für uns zu finden. Und natürlich auch spielerisch. Der BBL ist eine athletisch schnelle Liga. Die Preseason-Ergebnisse lassen hoffen, dass wir auch bei einem oder anderen Spiel richtig getroffen haben. Und das können sie, genauso wie der noch vorhandene Stamm um Niklas Würzner, bereits morgen beweisen. Denn dann gastieren die Academics zum ersten Bundesligaspiel beim Mitteldeutschen BC. . 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